Saudi-Arabins König Salman wird nicht zum G20-Gipfel nach Hamburg fahren. Aktuelle Entwicklungen in der Katar-Krise würden den 81-Jährigen dazu zwingen, Finanzminister Mehmed Al-Chadan als Vertretung in die Hansestadt zu schicken, berichteten diplomatische Kreise der Deutschen Presseagentur. Mehrere arabische Staaten haben Katar-Unterführung Saudi-Arabins vor vier Wochen isoliert und eine Reihe von Forderungen an das Golf-Emirat gestellt. Wegen des schlechten Gesundheitszustands von König Salman war schon zuvor spekuliert worden, ob er die Reise antreten würde. Der G20-Gipfel findet am Freitag und Samstag in Hamburg statt. Afrikanische Bootsflüchtlinge bei der Ankunft am Hafen von Messina Flüchtlingskrise, Paris und Berlin sagen Italien Hilfe zu.